Vidhunana, auch genannt Vidhunanasana, ist die Stellung der Verteidigung. Vidhunana heißt sowohl Verteidigung als auch Verschmähung und Zurückweisung. Eigentlich Dinge, die wir gar nicht machen wollen, aber alles gehört zum Menschsein hin dazu. Diese Stellung heißt auch Dhunapita. Raffaella zeigt, wie es geht. Setze dich auf eine Fase, zum Beispiel auf die linke Fase. Hier komme dabei auf die Zehenspitzen und halte auch das linke Knie oben. Strecke dabei das rechte Bein nach vorne aus. Fasse mit der linken Hand an den linken Fuß und mit der rechten Hand an den rechten Fuß. Noch etwas anstrengender ist es, wenn du das Knie auch hebst und tatsächlich nur auf Zehenspitzen und Ferse bist, dann ist es, Raffaella sagt, es sei sogar leichter, nur das Knie muss genauso hoch sein wie das andere. Also linkes Knie hat etwas tieferen, rechtes Knie auch und dann ist es Vidhunanasana. Andere Variation ist mit Knie unten. Vermutlich könnte man sagen, das ist wie die Verteidigungsstellung eines Kriegers oder eines Bogenschützes. Aber eigentlich sind wir ja Ahimsa und solch Menschen, die nicht verletzen wollen. Aber manchmal musst du auch innerlich dein Energiefeld stark machen und Vidhunanasana kann dir helfen, ein starkes Energiefeld zu haben, wo du von nichts Angst haben brauchst. Und dann ist es, wie die Verteidigungsstellung eines Kriegers, die nicht verletzen wollen. Und dann ist es, wie die Verteidigungsstellung eines Kriegers, die nicht verletzen wollen.